ich glaube wir haben wirklich keinen wir müssen erst müssen erst jemanden holen oder jemanden kaufen das geht auch schauen wir mal jemanden kaufen können werden wir da die spinnen und ob wir das geld und nein dave ist tot ja easy da gucken mal 50 was kennt denn der so nackig rum schon an die kannst du doch nicht nackig rumlaufen ich stein bin hat keine steine mehr ich glaube ich bin da gucken wir mal bitte ja was warum hä nein was aber es konnten doch gar nicht leute teilnehmen da dürfte ich mal hallo jetzt darf ich nicht mehr oder wie ich darf jetzt einfach was es ist mit twitch theoretisch verbunden ich bin gerade verwirrt weil es gab okay smart mouth herzlichen glückwunsch es gab gar keine gar keine losung also es durften gar keine leute dazukommen alles klar leider vom letzten mal nee eben nicht weil wir hatten ewig kein kein ding aber es ist okay wir kriegen duplicates wir haben das schon wir haben das wir haben nur noch einen boss ja lol das ball war mir fünf mal okay wir holen einfach einen neuen fünf werden werden nichts gar nichts der pflicht die meinen geschwistern schulde kann ich nicht entziehen mein tempel wartet finale ergänzt ja irgendwie schon ich habe damit heute nicht gerechnet ich dachte mir so ja wir spielen das heute durch wir spielen das heute durch wir werden damit heute fertig ich dachte nicht dass wir wirklich heute fertig werden muss mal kurz meine kämen in stücken weiter hoch hier sieht mein kopf gar nicht so ausrüstung tschuldigung ausrüsten nach verlall ist doch eh schluss oder ja schon aber ich wusste nicht mehr dass wir so weit sind ich wusste nicht mehr dass wir den letzten boss beim letzten mal auch schon gelegt haben welche karten haben wir denn am anfang gezogen das habe ich jetzt gar nicht mitgekriegt oder ich bin mit mir selber überfordert also bin ich immer aber ach fuck jetzt hat er mich getroffen he is dead now tot für immer tot ja dead okay wo muss ich denn hin da es gibt nur den einen das eine loch aua ich bin heute echt gar nicht so gut aua ha ich bin echt nicht so gut dürfte ich mal danke das sieht so ein bisschen aus als würde er seine kotze hinter sich her ziehen das ist ein bisschen eklig ich mag es wie die riesen äh reden ah er hat ein zusätzliches herz kann ich das kaputt ne kann ich nicht ah ne herz wenn du heute nicht gut bist freue ich mich auf den boss oh scheiße oh muffi hat ein hohes alter erreicht das ist ja super du hast es schon fertig gespielt natürlich weiß er schon welcher boss kommt ja das ist halt hoppala das ist halt mein kopfschmerzen immer schön auf die kopfschmerzen schieben mag der bombenmensch das mal bitte nicht machen dankeschön was habe ich dir denn getan dass du mich in die luft jagen willst so einmal weiter ich finde es halt schon ätzend dass das ein spinnenraum ist aua oh nein der hat ein ei gelegt bist du iiii hallo so habe ich den satz beendet in dem ich gesagt habe ich finde es schon nicht gut dass die spinnen sind ich weiß es nicht mehr aber wie sollen wir denn da alle eier in time aua aua die ich mein bot geht wieder hallo mumu was bist du eigentlich für ein widerliches Viech warum treffe ich dich nicht so zack 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 ich hätte gerne eine bessere Waffe na wie geht's dir mumu wie war dein was haben wir heute Dienstag Dienstag bis jetzt oh neues ne neue Halskette ist doch toll na guck mal wir gehen mit Steinen wir gehen auch einfach nirgendwo hin upsie da halt ich bin so blöd vor drei Sekunden sag ich noch oh guck mal wir gehen mit Steinen und wisst ihr was ich jetzt gerade sagen wollte ach guck mal hier gibt es ja viele Steine ist ja cool ich bin verwirrt und echt schlecht heute ich war die letzten Male so gut und war das so die Hoffnung oh Dunki hallo dass der Bosskampf echt chillig wird aua sonst bin ich heute so kacke aua na Dunki wie geht's dir aua und da hat er Stacheln naja das ist schlecht die Spinne sieht ein bisschen aus wie eine Oma stirb so wir haben zumindest wieder einen weiteren äh gefangenen ja war ganz angenehm mein Zahnarzttermin ging gerade mal 10 Minuten ich hab beim Einkauf was bekommen was soft ausverkauft oh das klingt sehr sehr gut ich boah ich war heute auch voll erfolgreich beim Einkaufen weil ich habe meine meine App mit den ganzen Kochrezepten wo ich immer draus koche und da kannst du dir auch einen Einkaufszettel schreiben und es sagt dir dann auch ungefähr wie viel es kosten wird und ich bin heute ich hab den Einkaufszettel geschrieben und da stand dort ähm der Einkauf wird heute 32,10 Euro kosten und ich hab's geschafft 11 Euro weniger einzukaufen ha ich hab mir also heute 11 Euro gespart hm kann nicht reden muss Essen machen du musst doch nicht reden es reicht schreiben und das Essen war auch noch fucking lecker gleich 11 Euro ja liegt aber auch daran dass ich kein Fleisch gekauft hab das war in der App mit am teuersten und das teuerste was ich jetzt gekauft habe war die Chipotle Soße äh Soße Soße oha meine Einkaufs-E-Mail was 50 Euro ne also die Woche komme ich noch gut durch mit denen wie viel habe ich jetzt gezahlt 21 Euro Nächste Woche kocht die Hälfte äh Christian ähm beziehungsweise gehe ich nicht hier einkaufen und Soße und ähm ja dann wird's wahrscheinlich wieder teurer meine Güte das spricht man so ja Soße das heißt so komm schon bitte was cooles Boss willst du mich verarschen? Hä? Aua ich war doch noch gar nicht so ja natürlich ich war doch noch gar nicht so weit Uah Bist du mich verarscht dass ich jetzt spontan einen Boss kriege oder was? Okay ich muss mich kurz konzentrieren sorry an den Chat Was? Und seit gestern bin ich scheiße bis jetzt in einer 13 Zoll Grafik Uuuuh Geil Das ist richtig geil Jesus Oder zufällig ist da ich dachte ich schaue mal auf Twitch ob du live bist schaue ich gerade dein Oh Na dankeschön fürs Angucken meines Cyberpunk Let's Plays Ich hoffe es gefällt dir Und ja ich bin öfter äh hier online ähm ganz oft Mittwoch Quatsch Dienstags Mittwochs Donnerstags oder Freitags Das sind so meine Tage Montags ist immer schwierig weil ich da im Training bin am Abend Äh Ich bin gerade an der Stelle als Jack gestorben ist Fuck wer war Jack nochmal Ach Yaki Wer war Jack nochmal Ja Yaki wie Hosi Und hallo Dennis Hallöchen Bei uns ist ja immer Yaki Wer war Jack nochmal Ja Ja Jack war Yaki Äh Oh man Ja Ja Äh An diese Lohnt sich Ich bleib hier An diese Verpeilte Kannst du dich Gleich gewöhnen Weil die ist Tatsächlich Immer da Jack Komm zurück Jack Jack Komm zurück Komm zurück So Einmal die Hingabe mitnehmen Genau das Wollte ich auch Schreiben Oh nein Da hängen ganz viele Spinnen an der Decke Das mag ich nicht Geh weg von mir Ja Natürlich Oh guck mal da hinten ist im Leben Aber ich brauche halt leider keins mehr Jetzt bräuchte ich vielleicht eins Hallo Danke Ah dem stimme ich eben Oh ja Ich hei Jolib Heute Jolib Zack 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 Wir nehmen das alles mal mit Kann man immer gebrauchen Wenn meine Anhänger nicht zufällig auch noch Äh Heute Hey So kurz dabei Und weiß schon wie es läuft Ich beneide dich nicht Aber wenn du mich vielleicht noch tötest So würde ich doch nicht mit dir tauschen wollen Es wird Zeit Diese hässliche Angelegenheit Zu Ende zu bringen Erwarte dann Das Spitze der scharfen Klinge Das unentrimmbare Schickste Das es einem bevorsteht Erwarte dem Auge Des wütenden Sturms Wenn ein langer Tag Zu Ende geht Job wird der Lass du auf mich anzugreifen Ich finde das Nicht nett Aua Ich mag Ja genau Ich mag das nicht Wenn die in so Wellen kommen Das ist doch scheiße Tote Es gibt Tote Das ist echt nicht mein Lieblingslevel Oh guck mal Da kann ich zwei Toten Nein Sie haben mich getroffen Sie haben mich getroffen Lamm am Boden Lamm am Boden Lamm down Lamm down Aha Ich bin am überlegen Ob ich heute noch Disney spiele Aber wer weiß Wie es mir morgen nach Orthopäde geht Uiuiui Hallo Hallo Hatshu Irgendwie habe ich das Spiel gequittet Spinnengegen ertrage Nicht in Massen Ja Ich bin auch nicht so glücklich darüber Aber ich war heute auch schon voll tapfer Ich hatte heute Ein Meeting im Konfi Und an der Konfit Hier hing eine Spinne Und ich habe es geschafft Auf diese Tür durchzugehen Mhm Wenn ich komme zu Chien Ich bekomme erst mal Wow Werbung So lobe ich mir das Hallo Hallo Ja gut Mit WoW Werbung könnte ich jetzt auch leben Wow Ich wäre fast in den So ein scheiß Priester Der alle heilt So Ein Herz wäre schön Hallo Ich habe fast nur gequittet Und brauche jetzt Urlaub Uiuiuiui Hallo Lila Sag mir das doch nicht Ich muss bald fast nur von Von der Arbeit aus spielen Das ist in unserem Spooktober dabei Hallo Uah Scheiße Nicht aufgepasst Und getroffen worden Ja genau Schieß mir noch Spinnen runter Weil ich habe noch nicht genug Probleme So Ein Herz wäre toll Immer noch Fassmanns Gesicht Hö Ich muss das wirklich von der Arbeit aus noch spielen Fängt mir aber jetzt gar nichts an Aber Fassmann ist eigentlich ganz cool Das ist wieder so eine Riesenspinne Ich mag die Riesenspinne nicht Können ich jetzt bitte ein Herz haben Da gehängt der Stream nur bei mir Weil dann muss ich langsam echt mal schauen was los ist Bei mir hängt nichts Alles steht bei mir hängt nichts Oh okay Dann bin ich jetzt auch froh Dass das Also es tut mir sehr sehr leid Mama dass es bei dir hängt Aber ich bin sehr sehr froh Dass es nur bei dir hängt Alles steht Ja das ist klar Das bei dir alles steht Oh guck mal Bei mir hängt es generell Das ist Überlege gerade Ob das in irgendeinem Aspekt gut ist Aber Hm Anscheinend ist Twitch-Selektiv Ich stream sich flüssig schauen Welche nicht Das finde ich sehr unfair Dass ich nicht einer davon bin Bei mir hängen zwar Dinge Aber nicht der Stream Einer stiftet Chaos Einer verbreitet die Pest Einer ruft Hunger hervor Und dann ist da noch jemand Der sich auf Macht verlässt Fünf werden zu vier Werden zu drei Werden zu zwei Werden zu einem Und der wird zu nichts Boah Bist du widerlich Moin Aua Der kackpumpen Ich meine ich kann das auch Aber Alter Dem seine kackbeine Ey Aua Bist du Bist du bescheuert Aua 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 Okay Okay Im alt creepy game Ich gehe wieder WoW zocken Muss auch lernen So creepy Ist es eigentlich nicht Der hat auch nur einen Stern Uh Fokalor Ich opfere dich Falsches Viech Geh doch aufs richtige Viech Da guck mal Jawoll Entschuldigung Bin ich eigentlich schon im Kult Weiß es gar nicht mehr Ja Bist du schon Ist sehr praktisch Dass ich die Leute zum Opfern habe